Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Von der Charité. Man hat sich entschlossen, hier bei uns... Wir haben uns schon vorgestellt. Also... Hast du das Geld bekommen? Du musst es wasserdicht einpacken. Übers Wasser? Wann? Bald. Sehr bald. Sie sollten sich nicht so separieren. Kleiner Ausflug gemacht? Kommen Sie bitte. Was machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert. Mir gefällt es hier. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Aber... Lass mich nicht allein. Geh nicht weg. Wie spät ist es? Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Gang Pelfer? Ich sei sie nur gleich. Wieifellschaft? Der Ausreise mata. Wie ist es. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht. Und будем pipeline anbieter werden. Ich kann es nicht mehr.